Ja, ich habe jetzt das Tendon oder irgendwas aus so einer Gerüste von Schielaufen. Ich habe eine Neugiertheit. Der Arzt hat gesagt, weil irgendwelche Arzt tut, dass ich hier ein Auto habe. Und er hat den Vater nicht gesehen. Bänder oder Säme? Steffen, du hast den Vater nicht gesehen. Er ist für alle. Ja, Bänder. Er ist auch eine Lade. Ja, das ist das wieder. Jetzt muss ich das Video über Lichtung machen, das durchschreißt. Sebastian ist wieder am Essen, wie immer. Die ganze Zeit. Jawohl. Sebastian ist gut, gell? Ja, der ist gut. Ja, der ist gut. Ich bin das einfach nicht gewohnt. Und dann guckt sie mich rotiert an und das ist so. Was machen? Machen wir mal ja nicht. Ich kann mal gucken, wo beim Steffen in die Kamera war. Eure Teufel. Muss sich der Helm aufs Fernsehen bringen. Da kennen sich die Kinder die ja an. Da kennen die sich an. Stundenlang. Da kennen wir mal ein Tier rein. Was machen wir mit der Hand? Sieht mal was? Ganz haben wir Gäß. Ganz. Jetzt sieh schon so gut wie nichts mehr. Keine Nachmeldung. Doch. So, so, so. Lass mich das mal filmen. Das klappt mal kein Mensch in Amerika. Das? Dass man die Hund bei uns in die Therapie schickt. Wo dann ihr Herrscher beißt. Das klappt in Amerika kein Mensch. Da macht man nämlich Gulasch draus. Stimmt, wenn das mein Hund gerecht wär, hätte ich mir den Kling gehalten. Cheese. Hamburger. Hamburger Cheese. Hahahaha. 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 if nett! Ya. Hahahaha. Hahahaha. Oh, her. She, 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 yeah. What was the bus, gentlemen? Sebastian. Sebastian. Sebastian, Dad's videotaping you. Oh, you're driving. You're driving. Oh, my. Video tape Dino Tap! It's right there. Dad, Video tape over there. No, right here! It's Dino Tap! Me! Me Baba! Bad Christian! I don't hurt Daddy! Hey Dad, this is a fold-up bed. This is a fold-out bed. Dad, won't you see me? Oh boy, I'm okay, I'm okay. Ow! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! I can't wait. I can't wait. Bessie's eyes are awake, but... But his head is not... Mac, we're ready. £20. Can I need some fun? Dr makan, go! Yeah, it's like quick. Jetzt geht's mit der Füße. Early in die Morgen. Like, bei 9 Uhr. Oh, ja. Sie hat sich entscheiden. Ich bin ein bisschen. Bigfoot. Bigfoot. Ja. Oh, Mom, look at das kleine Tren. Das ist ein Pussy willow. Oh, look at das Krokus. Das ist das, was ich meine. Beep, 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 beep. Are you going in there with Mom? No. I'm not. I hate to tell you this, because I don't know that you should know this, because I don't want Christian to do it, but when people come to bring a package to Ralph and Ina, or they come to visit them and they don't know them, and they don't know them. Oh, wow. Greetings to my Dad and my Grandma and to the rest of you today. And to my new pet cards. I need to go back. Hello? I need to bring them. They're everywhere, so don't bring them. Who are you talking about? Like, they're going to throw them into the river. Ah! Do they? They're trapped. I need to go back and do it. I'm freezing. They're feeling getting better. I'm getting better than I'm gonna. I'm getting better than I'm gonna play. Ooh, they're up. Don't touch her on the back. Come on. Come on. Oh, that's not that. I don't want to touch her on the back. And that's not that one. Ich habe die Haare gesehen. Ich habe die Haare gesehen. Ich habe die Haare gesehen. Hallo. It's attack on the camera! Haha! Kamera! Hey, hey, take a picture of Dad flashing camera. Oh, I can't watch. One, two, three, hey! Hey, Daddy, let's go in here! Daddy! Daddy! What do you say, Sebastian? What do you say? About what? I don't know. I want the chocolate in here and have it on the tray. Do you want some ice cream? No, I want cake! Do you want your pot? Oh, no! You want cake? Haha! What do you want? It won't eat frosting. Fair enough, bad frosting. Look at those nice flowers made out of frosting. Look at all the treats inside here. Look at all the treats inside here. How about that stuff? Fine and then... Daddy, go in here! There's cake! We just ate, honey, and we're not going to eat sugar. No, Daddy, there's different cakes. Maybe coffee in there, too. Remember that was that cafe that we drank at? Yeah. Okay, let's go. It's raining like shit. Yeah. Hey, Green! There's a good shot of the castle. Can we drink a cup of coffee first? I don't know where I can. We'll see. Yeah! We'll see. There's a little lot of coffee that's fine... I don't don't know where to go or find a cup. You can eat. You can eat ... What a cool piece is here. It'll be... It'll be great. That's nice. I'll beat the plenty. Blowing on Dad's skin. Hey, what about me? What about me? We're on TV! We're on TV! Russell Mutt! Don't kick around the TV over, you'll be upset. I mean, he'll be upset and then you'll be crying. Yeah, you'll be upset because you're crying anyway. Cleaner fighter! Hey, don't break his back! Don't break my back! What about me? You didn't get a good shot. What about me? You didn't get a good shot. Oh no! I've bitten your piglets! What about me? What about me? Where's Jen? Hey, how about you? You have to put those things together and you can't charge them so easily. You know what I mean? You're doing wrong. What about me? Time for me? Timmy kiwi! Look at the guns of diboo. It's so nice on your wand. To be my different. Me, me, pat, pat, ooo. Das Klauderecke, Mitte Deutschland und es regnet wieder, Dunkeldeutschland. Das Prinzip kann noch nicht teuer genug sein. Diese Cheaps aus Amerika fahren da auch noch. Das ist kalt. Das ist kalt. Das ist kalt. Das ist auch kalt. Das ist 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 kalt. Das kalt sich. Da kann ich nicht so schlafen. Ich nehme ein Bier aus meiner Tasche. Ja. Was hast du gesagt? Hi! 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 Yay! Hi! This is the only time! This is the only time! There is only one step to the dog. I don't know what it is. I don't know what it is. I don't know. It's just him. It's just him who? I don't know. It's just him who? I don't know. Norbert? Hello! Hello! Mario! A biggie! A biggie! A biggie! No biggie! No! It's already over! You're going to get rid of it. Come on! I'm going to get rid of it. I'm going to get rid of it. Hey, bitty bitty! Hey, bitty bitty! Hey, look! Have you ever seen these Easter eggs come from the trees? I've never seen the creations. Hey, look! Have you ever seen these Easter eggs come from the trees? I've never seen the creations. Yes, that's what they do in Germany. What? What's your day! What do you want to do here? How do you want to do here? What do you want to do here? What's your day? The same thing, what day before? It's going to get rid of it! What's your day? ... 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 Hallo, hallo! Hallo! Die Tür ist bis sie ganz telefoniert. Ja? Kann man nicht so weit weg gehen? Wie sind die zwei? Wie sind die zwei? Wie sind die zwei? Ich bin nicht auszahmen. Ja, mich hat auch gewöhnt. Ich habe schon mitgemacht. Du hast mich auch nicht aufgenommen. 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 Ja, ich war auch ein schädestes Jahr da, wenn ich konnte. Später auf einmal, dass es dann nicht mehr so funktioniert. Nicht so weit. Zwei, drei Jahre, wo ich schädest. Das war gut. Das war gut. Ich bin ganz aus dem Kuhstall rumgesprungen. Kälbermilch gesorgt. Stopp! Die Kälbchen hat die München weggedrungen. Richtig. Das hat die gebaut. Genau, nur deshalb. Das war gut, dass es sein. Das Rügelweber, Schulfam, der ist auch bei uns dumm. Alles, was es fies ist, hat er auch gesucht. Ob Schnitzel, Zeierschrott oder ... Das alles war die Nachwölfechtalabste. Das sieht ja aus wie du, es ist eine Verwandtschaft. Das war die Nachwölfechtalabste. Das war die Nachwölfechtalabste. Das sieht ja aus wie du, es ist eine Verwandtschaft. Das war alles. Alles allein, oder? Die ganze Kuh allein. Ja, die hat eine halbe Gerät. Der hat gleich gesagt, wir machen Urlaub. Mit Seele keine Kalorien. Ja, das ist zwecklos. Das ist Zeitverschwendung. Irgendwann nehm ich ihn von selber ab. Das ist richtig. Willst du mal den Rot anfüllen? Das hat das Auto schon hergegeben, das Haus hergegeben. Janine. Du weißt ja gar nicht, wer das macht, wo der Uplo hier ist. Im letzten Moment hat es noch keine Rückläufe gemacht. Das Mäl ist noch mehr da. So unverlädt machen die Leute zusammen. Was ist das? Baby! Das war Chocolat. Baby! Gibst du mir ein bisschen Milch? Die Milch? Was der Papa macht. Die Milch. Papa knipsen sich. Schau mich an. Schau Papa an. Hey. Christian. Das ist noch der Papa. Christian. Nee, das ist der Herr Milch Milch. Das ist ja. Wenn ich zu sich so, dann bin ich sehr schmal. Meine Schöte ist normalerweise passiert. Das ist nicht die Wodka. Das ist nicht die Wodka. Die Brenner hat mein Bild. Jetzt oben sitzen wir dann vom Fernsehen und gucken uns das an. Hallo. Ciao. Hi. Du bist schon offen im Bewein? Ja, selbstverständlich. Das ist unser Auto. Okay, schnell. Jetzt gehen wir mal kurz an. Look at that. Kalf, ist gut. Jetzt werde ich später noch so was sehen. Ah, jetzt geht's Licht an sich, oder? Wie waren es, die Hunker? Kleine Stellen. Ja. Die Hirte. Die Hunker stellen stelleweise. Ich glaube, sie lassen sie draus rumrennen. Das ist mir passiert. Dann treiben sie die ins Schlachthaus und dann werden die abgeschlagen. Wie sieht es denn aus mit einem? Mit einem Rinder waren sie dabei. Bei uns war es ziemlich ruhig. Jetzt machen die überhaupt noch keinen Stress. Aber seit mehr ist, werden die Betriebe auch alle geschlagen? Bis jetzt ist es noch gar nichts. Die haben überhaupt noch keinen Stress gemacht. Es sind zwei vereinzelte Fälle von einem Rinderwahnsinn. Und das war's dann. Bei uns haben sie einfach mal alle stelle leer gemacht. Dann haben sie alles geschlagen. Dann ist es untersucht worden. Was nichts hat, egal. Alles ist da verbrennt worden. Das ist der Wahnsinn, was die da voll die Panik gemacht haben. Es ist noch genug Leute gewesen, die kein Fleisch mehr gegessen haben. Unser Hansa, wo ich damals ein Dings geschafft habe mit dem Altersheim. Das erste Mal wollte sie alles machen, da war es nur eins. Das Milch Hochwald war schon immer. Mit dem Feuer, äh, Lautergrad, wo wir Hochwald am Schluss waren. Man muss da dumme Kleider nehmen. Aber noch Schnecke wollen. Nehmt keine Schnecke mit in Amerika. Ja. Ja. Ja.